Mein Name ist Werner Bothe. Ich bin Filmemacher. Es ist möglich, dass Sie schon meine Filme gesehen haben. Zum Beispiel Plastic Planet, ein Kinofilm, der zeigt, dass Plastik eine Bedrohung ist für die Umwelt und für uns Menschen. Der zählt heute zu den 100 erfolgreichsten Dokumentarfilmen der Welt aller Zeiten. Oder Population Boom. Oder The Green Lie, Die Grüne Lüge, erst kürzlich erschienen. Ein Kinofilm über die Öko-Lügen der Konzerne und wie wir uns dagegen wehren können. Diese Filme nennt man Call-to-Action-Filme. Das heißt, sie sind Aufrufe für Menschen, um aktiv zu werden. Und deswegen bin ich auch Vortragsredner geworden, vor circa 15 Jahren. Mir kommt zugute, dass ich mit vielen Konzernen und Institutionen zusammenarbeite. Ich habe unzählige Imagefilme gemacht für Erdölfirmen, Zentralbanken, Waffenhändler, Bauunternehmen, Versicherungen bis hin zu Ministerien in unterschiedlichen Ländern. Ich kenne also die unterschiedlichsten Aspekte und weiß, wie sich Interessen vereinen lassen. Die Themen meiner Vorträge lehnen sich an meine Filme an. Das heißt, es geht um Nachhaltigkeit, Menschlichkeit und Umwelt. Und jeder Vortrag ist ein Call-to-Action, ein Aufruf, aktiv zu werden und macht Mut, aktiv zu werden. Dazu neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, passend zur jeweiligen Branche, Anekdoten, Bildmaterial aus aller Welt und sehr viel Abenteuer. Ich freue mich, wenn Sie sich bei der Agentur Karin Burger melden möchten.